Also grundsätzlich erstmal gibt es immer einen Saisonabschluss mit der Mannschaft, mit den Spielern da und auch dem Team, also im Team im Sinne von Office und Mitarbeitern und Leute, die mit mir eng an uns dran sind, mit denen wir noch mal essen gehen. Dieses Jahr sind wir in den letzten Jahren aufgebaut, wie wir Tischtennis gespielt haben und einfach noch mal Zeit verbracht haben, zusammen gelacht haben und einfach so ein bisschen die Saison abschließen. Mit den einzelnen Spielern gibt es natürlich Abschlussgespräche. Wir reden darüber, wie die Saison gelaufen ist, was gut, was schlecht gelaufen ist. Dieses Jahr natürlich noch mehr, noch detaillierter, da ist halt einfach nicht gut gelaufen ist mit dem Tiefpunkt der Trainerentlassung. Da ist man natürlich auch nochmal voll reingegangen, was auch emotional wirklich gar nicht so, das nimmt dann echt mit, wenn man dann irgendwie, 12, 14 Spieler mit jedem Rezo eineinhalb Stunden, zwei Stunden, das ist eine lange Zeit, wo du dich wieder nur in so einer Wunde rumbohrst irgendwie. Das wird schon gemacht. Klar gibt es auch das persönliche Gespräch. Ich meine, das sind Leute, mit denen ich dann ja auch jahrelang zusammenarbeite in einzelnen Fällen, weil dann ja wirklich nach der Saison dieser Cut ist von, ich supporte dich, damit du gut spielst. Wir beide verhandeln jetzt darüber, ob du hier weiter arbeitest oder ob du woanders arbeitest. Vielleicht ist die Situation so, dass ich gerne möchte, dass du bleibst. Vielleicht ist die Situation so, dass der Spieler gerne möchte. Vielleicht will er eigentlich bleiben, hat aber ein gutes Angebot. Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte. Jeder Spieler ist auch unterschiedlich. Bei jedem Spieler ist was anderes wichtig, ist in einer anderen Position im Leben auch. Wenn man jetzt irgendwie mit Kowa redet, ist es halt was anderes, als wenn du mit René redest, der ganz andere Bedürfnisse hat dann, mit denen man natürlich auch ganz anders spricht, mit den Agenten. Ich habe mit jedem Spieler, der ein Agent hat, auch mit dem Agenten zu tun. Das ist professionell und unsachlich. Aber klar gibt es auch die einen, mit denen ich besser klarkomme, die anderen mit denen ich nicht so gut klarkomme. Mit den einen kannst du wirklich sachlich diskutieren über Spieler und über deren Leistung. Und mit anderen merkst du so, der ist jetzt nicht so wirklich objektiv und will einfach für den Spieler natürlich einen guten Vertrag rausnehmen, was ja legitim ist. Also es gibt dann sozusagen einen beruflichen Abschluss nach der Saison oder zum Ende der Saison und auch einen persönlichen, privaten. Das ist natürlich nicht so leicht manchmal, vor allen Dingen, wenn du dann jemanden wegschickst, den du eigentlich magst. Also persönlich sehr, sehr magst, aber sagst, okay, sportlich passt das nicht mehr oder wirtschaftlich können wir das nicht geben, was du möchtest. Wenn jetzt eine Saison so gelaufen ist wie die letzte, wo wir nicht glücklich mit sind, sagen wir nicht, alle Spieler sind einfach schlecht und die müssen raus. Immer noch. Also ich glaube, ich habe gerade mit dem Markenten telefoniert, wenn wir, ich glaube, 12 von 16 Mannschaften in der Pro A, wenn wir ihnen jetzt unseren Kader von letztem Jahr so anbieten und ein Trainer sagen könnte, ich kann mir aussuchen, würde sagen, ja, auf jeden Fall gehe ich mit dem Kader ins Spiel und ernsthaft möchte ich gerne in die Playoffs und da oben auch mitspielen. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, alle müssen raus. Andererseits bist du schon unzufrieden nach so einer Leistung und das muss ja auch Ursachen haben. Das ist ganz, ganz schwer, das wirklich zu bewerten. An einem Basketball sind ja Kleinigkeiten. Vielleicht ist nur der Trainer schuld gewesen. Vielleicht ist der Point Guard schuld gewesen. Vielleicht ist Justin schuld gewesen, weil er sich verletzt hat, was er sicherlich nicht absichtlich gemacht hat. Also es spielen ganz, ganz viele Faktoren rein, warum ein Spieler in der Saison seine Leistung gebracht hat und warum nicht. Und man muss versuchen, das richtige Rezept zu finden. Und ich glaube, so in der Öffentlichkeit ist dieser Job, den man da macht, also der sieht viel schöner aus und ist nach außen vielleicht so, ach voll cool, kannst du eine Mannschaft zusammenstellen und sowas. Das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall, ich finde das überhaupt nicht, also das ist anstrengend. Das ist auch emotional echt schwierig, das zu machen. Du hast viele schlaflose Nächte, denn wie man dieses Jahr gesehen hat, nur weil du gute Namen verpflichtest und eine Gruppe von Spielern hast und die Rahmenbedingungen heißt nicht, dass automatisch es gut läuft. Es gibt Vereine, die jetzt ganz, ganz oben mitspielen, wo wir wissen, dass die Stimmung ganz, ganz, ganz schlecht in der Mannschaft ist und auch untereinander ganz, ganz schlecht ist, wo aber das Ergebnis stimmt. Es ist ein ganz komplexes Thema, so eine Mannschaft jetzt zusammenzustellen und bringt auch nicht ganz so viel Spaß, wie man vielleicht denkt. Wenn die nachher alle gewinnen, alle Spiele gewinnen, dann hat es richtig viel Spaß gebracht. Wenn sie aber verlieren, ist das ein bisschen anders und das ist natürlich Druck. Ja, damit muss man leben, damit muss man umgehen, aber das größte Problem ist, keiner kann dir wirklich eine Antwort jetzt geben, sondern du musst dir eigentlich Thesen und Vermutungen aufstellen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Vielleicht educated, weil du ein bisschen Ahnung vom Basketball hast und einzelne Spieler kennst, aber Vermutungen eigentlich. Und ich vermute, dass es sehr viel Sinn macht, eine gewisse Kontinuität zu haben, einen Kern einer Mannschaft auf jeden Fall zusammenzuhalten, dann nochmal, nicht alles war schlecht letztes Jahr, aber doch versuchen, an einigen Leistungsträgerstellen was auszutauschen und auch vielleicht an ein paar Ergänzungsspielerstellen etwas auszutauschen und anderen Spielern vielleicht die Möglichkeit zu geben, zu zeigen, was sie können und die Chance zu geben, pro Art zu spielen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020